Labiostetik Willkommen in der Styling-Welt von Labiostetik. Curl & Control die perfekte Styling-Lösung für kontrollierte und sichtbar gepflegte Locken mit viel Sprungkraft und Volumen. Geben Sie eine kleine Menge Curl-Control-Mousse in Ihre Hände und verteilen Sie das Mousse gleichmäßig im feuchten Haar. Bringen Sie das Haar mit den Händen in die gewünschte Form. Um die Locke zu bündeln und kompakt zu halten, drehen Sie lockere Papillotten mit den Fingern in das gesamte Haar. Im nächsten Schritt wird das Haar mit dem Diffusor getrocknet. Wichtig ist hierbei, dass die Haare nur sanft angehoben und nicht stark bewegt werden. Der Föhn soll nur mit schwacher Stärke, aber dabei mit viel Wärme arbeiten. Das Haar nicht ganz trocken föhnen, etwas Restfeuchtigkeit verhindert das Krisseln der Locke. Verteilen Sie im letzten Schritt etwas Molding-Cream in den Handflächen. Das Produkt mit den Händen in Längen und Spitzen einarbeiten und in die gewünschte Form bringen. Das Projekt mit den Händen in den Händen in den Händen in den Händen in den Händen passengers headlines. Das Musik-St итогste 제대로 ansprechend ist es sehr gute und sehr Kulturn, dass die Haar nicht in der Händen in der Händen in der Händenirse bleibt.